Linguistik in 60 Sekunden, Nummer 29. Was sind Spracheinstellungen? Einstellungen werden in der Sozialpsychologie als gesellschaftlich gewachsene und in der Sozialisation erworbene Bewertungsstrukturen verstanden und bilden somit einen geistigen Vorgang der Bewertung in Bezug auf ein Einstellungsobjekt. Spracheinstellungen sind demnach Bewertungen von Individuen oder Gruppen gegenüber sprachlichen Erscheinungen. Diese Bewertungen können sich in Form von metasprachlichen Äußerungen über Sprache, Sprachgebrauch oder Sprecher manifestieren. Spracheinstellungen können sich aus einem komplexen, sich bedingenden Faktorenbündel von a. Emotionen, die im Umgang mit sprachlichen Erscheinungen gewonnen wurden, b. aus dem Wissen über eine Sprache und c. aus dem Sprachhandeln bzw. aus Ansichten über erwünschtes oder unerwünschtes Sprachverhalten zusammensetzen. Umgekehrt kann aber auch das Einstellungsobjekt auf die Spracheinstellungen zurückwirken, sodass man von einer interaktiven Beziehung zwischen Spracheinstellungen und Einstellungsobjekt ausgehen kann. Weiterhin sind Spracheinstellungen jeweils vom historischen, kulturellen und sozialen Kontext abhängig und führen zum Gebrauch bzw. Nichtgebrauch von sprachlichen Formen. Spracheinstellungen 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 Vielen Dank.